Das heißt, da hat keiner mehr Recht in dem Sinne und es geht auch nicht darum, diese Ebenen gegeneinander zu spielen, sondern in den jeweiligen Situationen zu schauen, was ist für mich persönlich adäquat. Also wie kann ich einerseits CEO meiner eigenen Gesundheit sein, Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen und dann diese Wege auch freudvoll oder wirklich mit Feuer und einem Geist beschreiten, der sozusagen, ich werde so lange meditieren, Tag um Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute und dieses Bild vom Heilen selbst so konstant aufrechterhalten, dass es in mir nicht einen einzigen Zweifel gibt, dass das meine Realität ist. Ich werde sozusagen die Zukunft jetzt fühlen, in der ich heil bin, dieses Heal-Good-Feel-Good, jetzt generiere ich in mir diese Emotion, dass ich diese heile Realität bin, egal wie sehr mein Nervensignal Schmerz signalisiert. Und an diesem Punkt können wir sprichwörtlich zu Bewusstseinskriegern oder, wenn man das Wort nicht mag, Abenteuerern werden und Energien evocieren, die diesen Körper in diesen Modus von Self-Healing, go, jetzt wird neurochemisch anders ausgeschüttet, stellen. Und deshalb habe ich Selbsterfahrung gemacht, in Gruppen immer wieder Erfahrung gemacht, sodass für mich kein Zweifel ist, dass es funktioniert. Es ist immer nur die Frage, ob es dir zu dem Zeitpunkt mit deinem Mindset, was du generiert hast, gelingt, da hineinzufinden. Aber dass es gelingt, steht völlig außer Frage. Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online-Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema Natürlich, Gesund, Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum, dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress, wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des Gesundheitsimpuls-Kongress-Teams.